Aha. Okay. Auf geht's. Jetzt muss ich wahrscheinlich klettern. Kann man hier noch runter? Da kann man runter. Weil da ist anzünden. Ja cool, dann machen wir das auch noch. Komm runter da. Wie? Komm. Brenne nieder. Es fällt doch jetzt auf die Treppe. Schön. War ich denn hier gerade nicht? Habe ich das wieder übersehen? Oh Mann. Da muss man erst runterspringen, damit man das sieht. Ja. Knete, knete. So, wieder hoch hier. Ein bisschen Sport. So, und die Fackel brauche ich nicht zum Klettern. Ja. Ja. Was? Ah. 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 Okay, Ah. Ah. Achso. Geht das nicht? Ich dachte, ich mache es dir mal ein bisschen bequemer. Lauf da ein Stück hin. Aha. Oh je, oh je. Etwas, was ich auch überhaupt nicht kann. Aber Lara kann das natürlich. Und jetzt? Nochmal A? Hallo? Was soll ich drücken? Achso. B. Ja, sag das doch. Sag doch, dass ich B drücken muss. Ich hasse das Klettern. Ich hasse so eine hohe Aussicht. Ich hasse Schnee. Okay. Noch irgendwas, was ich hasse? Hier ist eine Leiter. Leitern hasse ich auch. Los geht's. Ich will nicht. Jetzt kommt bestimmt einer und knallt mich ab, während ich hier am Klettern bin. Oh, das heißt nichts Gutes, diese Kameraeinstellung. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ja, schön. Zurück kommst du nicht mehr. Wieder so einen netten Blick auf den Pöppes. Und es ist noch höher. Oh Mann, man kann die Wolken schon sehen. Wir stehen auf, bis die Wolken... Ach ne, wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Oh, das ist ja schön. Oh, das ist schön. Fuck renne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier jetzt ohne Dramatik hochgeht. Na, doch. Jetzt stürzt gleich der ganze Turm ein. Oh Gott. Zeigt mir das doch nicht auch noch. Ich fall hier gleich tot um. Oh nein, bitte nicht. Nein, ich möchte... Oh ja, und da oben ist noch was kaputt. Ja. Ist klar. Soll ich mal ein bisschen... Soll ich mal hier so ein bisschen so... Ach, Kameraeinstellung kann man nicht ändern. Aber ich dachte, ich bleib so ein bisschen in dieser Position. Oh, mein Popo. So. Ich mach die ganze epische Stimmung hier weg mit meinem Gelaber, ne? Ich bin mal still. Wie komm ich da jemals wieder runter? Jetzt fällt das Ding runter. Ja. Ich tät lachen. Lara. Ich bin jetzt soweit. Okay. Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Was? Achso. Jetzt bin ich wieder. Was war da? X? Hä? Was soll ich machen? Wieder zurück? Was war da? Da war da was. Falsch? Okay. Okay. Und warten Sie auf Antworten. Sie haben das internationale... Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel in Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon. Komm schon! Mayday! Mayday! Hier spricht Lara Croft von der Endurance. Ihr Flugzeug N173A. Wir suchen uns aufgrund des Angehors Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Woohoo! Hey, hat Ray jetzt gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Na toll. Das darf ich mir jetzt ausdenken. Ein Feuer. Benzin. Flammen. Das kriege ich hin. Da mache ich aber auch die anderen Pissköppe da auf mich aufmerksam. Nicht nur ein doofes Flugzeug. Ja, ist klar! Nee. Nee. Never. Ist hier noch irgendwo was? Was ich, ähm... Da oben war ich ja jetzt drauf. Da muss ich ja jetzt theoretisch nicht nochmal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Muss ich A gedrückt halten? Ich mache es einfach mal. Oh mein Gott! Oh, ich würde das niemals im Leben machen. So. Das ist schon mal... Definitiv. Ja. Ja. Man kann es auch anders machen. Aber da ist man tot. Ähm... Ja. Hat das jetzt was hier mit Benzin und Feuer und so zu tun? Da sind auch irgendwelche Fässer. Ich trau mich nicht, ey. Ich hab Angst. Ja, hör auf, Vogel! Ja, schön. Die kann ich schon mal anmachen, aber... Ich will ja eigentlich erst mal gucken, oder? Ob ich hier nicht noch irgendwie... ...was finde. Weil es reicht ja nicht, nur das Ding da aufzudrehen, es... Mh... Lecker. Was hat denn der gesoffen? Absinnt? Zu viel? Oder so? Ähm... Ja. Hier ist noch Bergungsgut. Oder? Ne. Toll. Ach, das sind alles Flaschen. Der muss viel gesoffen haben. Einen über den Durst. Ja. Ne, hier finde ich keine Geoketschis, wa? Mh... Ach, jetzt verstehe ich. Ich bin in so einer Weinbrennerei, ne? Deswegen auch die Tanks da vorne. Na, wat für'n Zufall. Hier kann ich ja bestimmt ein Feuer machen. Da liegt was rum. Ja, und wofür ist das jetzt? Feuer... Feuerstahl... Äh, hä? So sollte es gehen. Ja, wat? Du bist wieder schlauer als ich. Halten Sie X gedrückt, um die Fackel zu entzünden. Aha. Ja, okay, dann war da wohl nix weiter drinne in dem Saftladen da. Was ist hier noch? Macht hier irgendwas Bling Bling? Nix Bling Bling? Och man. Gebe ich mir einmal Mühe und suche hier alles ab. Äh... Was geht hier noch? Nix, 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 nix. Ja gut, dann machen wir mal das Ding an... äh... aufdrehen und... Ja, sehen, was passiert. Ach du Scheiße. Ja, und gleich fliege ich mit in die Luft. Hilfe! Oh, ich bin im Busch. Ja, die können da jetzt theoretisch auch nicht landen, weil das ist doch das... Ja, toll. Krass. Äh, äh, äh. Neeein. Fett! Mami! Muss ich was machen? Oh! Was? Bin ich tot? Aaaaah! Aua! Ja, hier kann ich... Tut mir leid, wenn jetzt hier irgendwo ein Geocatch sein sollte... Äh, habt Verständnis. Das kann ich natürlich nicht einsammeln. Äh, x, 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 x. Leckofunny. Da kommt noch was! Oh, Mann, ey. Heilige Scheiße. Ja, das war dann wohl nichts. Ich hab gedacht, kurzes Spiel. Haben wir jetzt schon Rettung gefunden? Nein, jetzt muss ich hier... Toll. Oh! Ein Überlebender! Bergdorf wieder zurück. Okay, kann man das kaputt machen hier? Ja, kann man. Aber ist nix drin. Ja, toll. Bergdorf ist das, wo der Ross... Äh, wo wir den zurückgelassen haben, ne? Was ist das denn? Trapez. Schwingen Sie an herunterhängenden Bannern wie an einem Trapez. Muss ich das schon machen? Sieht so aus, ne? Zurück ging's auch nicht mehr, ne? Oder? Nee. Ich glaube nix. Gut, dann schwingen wir uns mal an diesem Trapez. Entlang. Ähm. Nee, wir springen runter. Das war mal so eine Kurzschlusshandlung von mir. Ich hab gedacht so... Ach, Trapez schwingen ist doch voll langweilig. Ach, Mann, ey. Äh. Muss ich x drücken? Wah. Was geht? Was ist hier los? Was ist hier los? Wow, wow, wow. Ah, ha, ha. Können die nicht ein bisschen stabiler bauen, die Häuser hier? Meine Fresse. Ich kann schon wieder nicht gucken nach irgendwelchen Schätzen. Es tut mir leid. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Frau. Wir schaffen das. Ah, ha, ha. Es lädt. Ich hab Pause. Hm. Nicht schon wieder. Ach, ich wollte ihm doch helfen. Hallo, schieß doch ans Glö... Die glotzt einfach. Der hat schon wieder ein Schild. Der Typ hat ein Schild. Der Typ hat ein Schild. Nimm die Waffe. Der Typ hat doch... Der Typ hat doch nur ein Messer. Der Typ hat doch nur ein Messer. Mann! 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 Du kannst doch eigentlich mit Y irgendeinen Nahangriff machen, oder nicht? Oder einfach abhauen, weil der Typ hat doch... Der Typ hat doch nur ein Messer, Mann! Ist der tot? Toll. Alle meine Munition verschwendet an diesem Pissarsch, ey! Mann! Warte mal, man konnte doch jetzt eine Flamme anzünden. Genau. Ach, vielleicht ist das ja jetzt eine Special-Flamme. Ah, ne, ich verrate euch nicht zu viel. Weil, äh... Ich was gesagt bekommen habe. Dass man hinterher, wenn man irgendeine Fähigkeit hat, noch irgendwelche anderen Sachen anzünden kann. Hm? Guck mal da. Oh yeah. Da bin ich ja auch immer so doof gewesen und dran vorbei, ne? Was findet man denn da drinnen so schönes? was findet man denn da drinne so schönes? was findet man denn da drinne so schönes? Vielen Dank.